Judd Eppetau, The Bubble voller Stars Judd Eppetau hat für seinen neuen Film The Bubble eine All-Star-Besetzung aufgestellt. Karen Gillen, Pedro Pascal und Leslie Mann gehören zum Ensemble der Pandemie-Komödie. Gemeinsam mit Iris Eppetau, Fred Armisen, Maria Bakalova, David de Cabin, Kiege Michael Kay und Peter Serafinovitz bilden sie den Cast für den neuen Streifen des Regisseurs. Der Film folgt einer Gruppe von Schauspielern und Schauspielerinnen, die an einer Pandemie-Blase in einem Hotel festsitzen und versuchen. Einen Filmsgehandel ist deshalb so aktuell und passend, weil die Produktion in der Branche wieder fahrtauflägt. Obwohl die Corona-Erus-Pandemie weitergeht, wird den Netflix-Film zusammen mit Ben-Predy inszenieren und produzieren. Sein langjähriger Produktionspartner Beryl Menje wird eben Predy und Donald Saabon als ausführender Produzent formieren. Die Dreharbeiten des Films wurden durch das Beitreten von Netflix in die Planung zuletzt bis bereits in diesem Jahr soll der Dreh beginnen. Um das Momentum der Thematik mit Eppetau hat kürzlich die Komödie The King of Staten Island inszeniert und verriet, dass er den Leuten inmitten der Covid-19-Krise Freude bringen wollte, anstatt zu warten, bis die Kinos wieder geöffnet werden, um den Film zu veröffentlichen. Ob sein neuer Comedy-Film wohl das gleiche Zeil verfolgt? Bang-Shu 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 Untertitelung des ZDF, 2020